Heute gibt es selbstgemachte Lasagne. Drei Zwiebeln. Drei Sellerie. Drei Karotten. Und zwei Knoblauchzehen, klein schneiden. Anbraten. Ein Kilo Rindfleisch. Überhaupt. Ich will auch einen Schluck. Ein Glas Rotwein. 750 Gramm geschälte Tomaten. Und Stapfen. Würzen mit Oregano, Salz und Hefe. Während die Bolognese kocht, machen wir die Pechamelsoße. 100 Gramm Butter. 100 Gramm Mehl. Langsam umrühren und immer wieder etwas Milch dazugeben. Bis es schön cremig wird. Eine Prise Muscatmus. Parmigiano. Mozzarella. Die Lasagne kommt für 30 Minuten bei 180 Grad oben und unter Hitze in den Oven. Basilikum nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.